Hallo Leute, es geht weiter mit BeatBuddy Tale of the Guardians und leider muss ich das alles hier zwar nochmal spielen, aber, ja, positiv ist, dass BeatBuddy mittlerweile auch sogar ein Update hatte oder sogar mehrere, habe ich schon öfters bei Steam zuletzt gesehen und, ja, ich werde mal währenddessen hier weiterschwimmen, weil ich jetzt gecheckt habe, wie es geht. Das hatte ich ja schon erwähnt, dass ich das alles schon mal gemacht habe jetzt und dementsprechend kann ich hier gar nicht weiter, genau, weil ich hier die Barrikade erstmal aufmachen muss. Okay, geht klar. Mache ich mal so nebenbei. So, ähm, ja, es gab ein paar Updates, was sich hier jetzt alles so geändert hat, weiß ich nicht, ob auch in den Leveln es jetzt irgendwie verändert ist oder nicht. Ich habe das Spiel bisher noch nicht zu Ende gespielt oder nochmal gespielt seit den letzten Malen. Bin ja froh, wenn ich es überhaupt durchbekomme. Aber das Menü hat sich auf jeden Fall schon verändert und die Musik ist da jetzt anders und, ja, so, jetzt habe ich das hier aktiviert. Das wollte ich gar nicht. Das machen wir mal da hoch. Die Leuchten müssen nämlich alle grün sein. Ich habe ja leider öfters mal den Verlust einer Datei oder nicht genug Speicher oder so und deswegen muss ich das halt einfach hier nochmal machen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier so eine Runde drehe. Das macht voll gar keinen Sinn und ich verliere immer mehr Energie, bis ich sterbe. Gut, dass es hier so viele Herzen gibt. Die sind aber auch gut, dass sie da sind, weil die werden wir noch brauchen. So, die Bases gehen ja jetzt wieder, dann kann ich hier unten ja auch lang. Einen mache ich mal kaputt. Ach, das war ein Schuss für eines. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur eine Kugel. So, da ist der Nächste. Bis die alle grün sind, die leuchten. Speicherpunkt bekomme ich auch. Ja, ich muss den Weg wieder frei kriegen. So, jetzt ist der frei. Dann kann ich da lang, da lang, da lang, da lang. Und komme dann auch zu dem nebenan. Ja, das ist gut. Ist hier noch Punkte? Nein. Herzen brauche ich nicht, deswegen sammle ich die gerade nicht ein. Ich versuche das jetzt halt auch gerade möglichst schnell durchzukriegen. Ich glaube, hier kann ich sogar durch. Nein, doch kann ich. Durchschlawinert, der kleine Beat Buddy. So, jetzt quetsch dich da mal wieder durch. Wahrscheinlich ist das ein Bug gewesen und ich komme jetzt hier nie wieder raus. Nein, ich komme hier nicht mehr raus. Nein. Scheiße. Nein. Komm, du musst dich da durchquetschen. Äh, 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 klein, na, Buddy. Da ist eine kleine Lücke und du bist durchgekommen, jetzt musst du auch zurück. Nein. Nein. Oh man, du bist so doof. Komm, Buck, sei nochmal da, damit ich wieder durchkomme. Scheiße, warum habe ich das gemacht. Warum bin ich hier durchgekommen? Mist. Mist, Mist, Mist. Was mache ich hier bloß? Ah, ich will hier raus. Äh, 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 mit Schub. Schub und Kraft und links und rechts und ja, ja, ha, 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 ich gehe da nicht nochmal durch. Ah, was war das denn, ey? Hilfe, okay. So. Gut, dass ich da wieder durch bin. Ja, komm, gehst du da auch mal durch? Geht ja wohl gar nicht. So, dann hier nach ganz rechts. Dann hier nach oben, dann müsste ich da eigentlich zum nächsten gleich kommen, der hier daneben ist. Genau, da ist er schon. Zack. Rechts ist sogar auch schon frei, das ist super, dann brauche ich da gar nichts machen gerade. Tülülülülü. So. Und das war auch schon... Der wievielte? Der vorletzte, okay. Ähm, ja, das wollte... Ja, ihr dürft mich jetzt hier schön abschießen, das ist sehr nett. Ach, da komme ich gar nicht durch. Okay, ich habe mich verguckt. Dann hier unten lang. Nein, Mann, ich will da nicht immer gegenkommen. Jetzt habe ich hier wieder so eine dämliche Runde gedreht. Wo muss ich denn lang? In den ganz rechten. Dann komme ich da lang, da lang, da lang. Bringt das fest, wenn ich hier einen drücke? Geht der Weg dann da irgendwie frei? Ja, könnte klappen, wenn ich mich durch so einen Spalt wieder zwänge. Na, das bringt es ja nicht. Wie komme ich da nochmal hin? Autsch. Hm. Muss ich sonst nochmal gucken? Oh Mann, oh, hör doch mal auf mich zu beschießen. Ich muss nochmal gucken, wie ich da langkomme. Oder ich gehe von hier aus da lang, wenn das geht. Ja, so müsste es gehen. Genau. Nee. Schnee. Nein. Hör doch mal auf mich dagegen zu schmeißen. Ich will das nicht alles nochmal machen. Nein, nein. Ich muss es nochmal machen. Tja. Setzt live. Ach, ich bin ja dann aber schon mal hier. Ach, das ist ja gar nicht schlecht. Dann bin ich ja richtig. Das kann ich ja dann direkt nochmal probieren. Ich verliere immer so viel Energie, weil ich da immer so gegen-brush. Ja. So. So, das war der letzte. Ja, die kann ich ja jetzt alle einsammeln. Dann muss ich wieder zurück. Da lang, da lang, da lang, da lang. Momentchen. So, dann ist der Weg da schon mal frei. Dann muss ich nochmal erstmal zum oberen zurück. Boah, wo kommen die denn alle her wieder? Ja. Ja, es ist lustig. Ja, noch mehr Kollegen. Ich brauche Herzen. Scheiße. Ja, wenn du mich da jetzt gegenkickst, dann war es das mit mir. Nein. 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 Ja. Danke. 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 Moment. Ich muss erstmal wieder gucken, ob der Weg frei ist. Ach ja, das kriege ich schon, wenn ich dann nach oben komme. Jetzt kommen sie erstmal wieder alle. Ja, komm. Ja, ist gut. Es ist so ätzend. Er ist auch einfach nicht schnell genug. Ja, direkt hier drinne. Komm. Komm. Ich schaff's schon wieder nicht. Ich seh das schon kommen. Ja. Und greif mich an. Dann schaff ich's doch nie. Es war so klar. Das Spiel ist manchmal so frustrierend. Ich mach das. Ich mach hier die schnelle Runde. Ah. Na, mit Aggressionen und schnell und hopp und hopp, bis wieder ein paar Herzen kommen, bis wieder ein paar Herzen kommen. Da, Rettung. Dann kann ich ja jetzt hier auch den Weg öffnen. da, Rettung. Da, Rettung. No, da, Rettung. Da, Rettung. Da, Rettung. Es ist so gefährlich hier gerade. Da kann man sich die Herzen echt nur aufsparen. Ich sag's euch. Da kommt wieder einer. Autsch, Autsch, nein, 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 nein. Oh Gott, ist das gefährlich. Ich sterbe gleich. Nein, ich sterbe gleich. Ach, schnell weg. Oh, er kommt mir richtig hinterher. Da sind welche. Hallo. Irgendwie habe ich mich ein bisschen verlaufen. Ja, komm. Ihr Arschviecher, ey, sind die jetzt endlich mal alle weg? Aber ich bin richtig geschwommen. Ich muss jetzt nur noch hier unten aufmachen und dann habe ich es geschafft. So. So, ja, ich hatte ja das letzte Mal nicht verstanden, wie es geht, aber... Jetzt habt ihr ja auch wahrscheinlich gesehen, wie das geht. Man muss immer nur darauf achten, dass die... Oh, es ist immer noch... Ja, und noch einen, noch einen, noch einen. Endlich. Ausgezeichnet. Und jetzt komm mit, es ist fast soweit. Offenbar stehen uns noch einige Unannehmlichkeiten im Weg. Du kümmerst dich doch darum, oder? Ja, ich habe mich doch jetzt gekümmert. Das ist alles furchtbar. Mimmi. So. Chapter complete. Na, endlich. Komm hinter mir her, Melodie. Ich balle einfach mal drauf los. Äh, ähm, das lief nicht so gut. Das Ganze gleich noch einmal. Ach, sie darf auf keinen Fall auch vor mir sein. Das ist ja... Scheiße. Hilfe. Warum ist sie denn dann so schnell? Soll sie doch mal ein bisschen warten? Ich muss hier alles alleine machen. Voll anstrengend. Müssen wir uns auch noch um die kümmern. Warum schießt es nicht? Warum schießt du nicht? Er schießt nicht. Er schießt nicht. Ich drücke hier wie eine Bekloppte und er schießt nicht. Wenn er nicht schießt. Warum dann nicht? Warum schießt er denn? Seit wann schießt das Ding nicht mehr? Ja, vielleicht drehst du dich auch mal? Tschüss, Melodie. Guck mal, sie kann durch die Barrikaden sogar schwimmen. Warum mache ich mir dann die Arbeit? Ein bisschen backe ich hier alles gerade. Und das nach einem Update. So was geht ja wohl gar nicht. So, schnell da lang. Schieß, 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 schieß. Die ganzen Sterne müssen weg. Ja, mach hin. Kommt sie da durch? Ach, sie darf gar keinen Schaden aufnehmen. Ja, ich... Ne, mach das schon. Hey, 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 hey. Ich darf doch wohl noch mal ein bisschen zurückfallen. Oh, ist das schwierig, Leute. Das wollt ihr mir nicht nach... Drehst du dich auch mal? Und das ist wirklich schwierig. Auch wenn das so einfach aussieht. Dreh dich doch mal, du blöder Pfeil. Ja, und ich hätte sie mehr schützen müssen, wie es aussieht. Er schießt schon wieder nicht. Ja, aber da kann ich dann auch nichts für. Dann muss sie eben Schaden nehmen. Recht für sie. Ich bin froh, wenn ich hier weiterkomme. Wo kommen die denn? Hallo? Hallo? Warum bin ich jetzt gestorben, weil ich da an der Seite war? Ach, danke. Das hat... Das ist also irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig manchmal. Ja, der Stern. Den hat sie jetzt abgekriegt. Nicht so schnell, Melody. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann Er schießt schon wieder nicht. Jetzt erst wieder. Irgendwie als ob er das laden muss oder so. Ich weiß es auch nicht. Kommt hier mal wieder ein Speicherpunkt? Wäre ganz nett. Danke. Juhu. Geschafft. Keine Trittbett. Trittbett. Keine Trittbrettfahrer. Hey, ich komme echt vorwärts. Ha, das hältst du nicht. Ich brauche mehr Schnur. Ich gehe mal davon aus, dass du deinen Kumpel hier nicht zu bunt und breit zerquetscht haben willst. Also schwimm los und starte die Maschine. Ja, ich sehe das schon kommen. Wir dürfen hier wieder sonst was machen, aber wir haben es geschafft und BeatBuddy bleibt da einfach jetzt stecken an ihm. Wie? Ach, keine Ahnung, was hier heute los ist. Irgendwie... hackt das alles ein bisschen merkwürdiger als sonst. Also es leckt mich, sondern der BeatBuddy. Irgendwas ist durch die Updates hier passiert. Ich habe da so ein komisches Gefühl. Aber wir sehen uns im nächsten Bad... Pa, Bad. Im nächsten Bad von BeatBuddy. Und ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.